Jacky, guck dir den Blöden mal an. Lass den Orangen leben. Jacky. Lass die jetzt alle nachts spritzen, ja verdammt, Katha. Da sparen wir auch Strom, wenn der raus ist. Wo willst du denn hin, du Pfeife? In den Blumen, du hast aber den Knall nicht gesagt. Soll ich dich tauchen oder was? Wir können jetzt tauchen, im Namen des Fisches, des Heiligen Flusses. Im Namen. Des Fisches, des Heiligen, Jackys. Wie siehst du schon wieder aus, ey? Was soll man denn zu Hause sagen, oder was? Tipp. Ja. Ja, Pflanze. Geht auch. Nehmen wir zur Not. Der macht das Tor absichtlich, oder? Immer wieder in die Richtung. Sollen wir tauchen gehen? Sollen wir die Dicke vielleicht... Sollen wir die Dicke vielleicht abmachen, damit du schwinden gehen kannst? Tipp. Thomas, beeil dich, sonst leben die Fische nicht mehr. Vicky, du bist ein richtiger Star auf YouTube, so viele Videos, wie ich von dir hab. Vielleicht sollte man das Aquarium gar nicht abgeben, den Deckel einfach offen lassen und dann... Mit Wasser. Mit Wasser. Und dann können die schwimmen. Und dann tauchen wir noch ein paar Plastikfische rein und dann können sie die angeln. Schwimm mal an dir vorbei. Ich hoffe, die beißen nicht. Ne, die beißen hast du rausgeladen. So ein Pich. Pfff. Wie traut sich nicht mit der Fote in die Wanne? Da ist ein Wasserkater. Da muss irgendwas da drin sein. Ja, der geht mit in die Badewanne, er geht mit in die Dusche. Das kann kein reiner Kater sein. Busti, mit Wasser hast du dich da unten eingelassen. Was ist in Fiersen rumgerannt, was dich getoppt hat? Ein Fischkater. Ein Fischmensch. Aus dem Untergrund. Thomas, beeil dich, sonst sind die Fische gleich weg. Der checkt den, der geht gleich schwimmerlich. Dann taucht der. Hallo. Hallo. Du war eilig. Du bist echt mal. Hallo.